sinnlose zerstörungswut so könnte ich mein video heute wohl mal übertiteln keine ahnung ich habe ja vor kurzem ich verlinke das mal hier oben euch einen kleinen abriss oder einen kleinen aufriss über die baustelle abriss ist jetzt das stichwort für das heutige video aufriss über die baustelle gegeben also im prinzip mein erstes kleines baulock gemacht aber auch blog wie der fachwerker das ja immer nennt und heute soll es damit weitergehen ich möchte euch heute tatsächlich den abriss und die zerstörung der garage zeigen das hatte ich ja in dem video angekündigt dass ich die jetzt demnächst abreiße und das möchte ich euch heute zeigen und ein bisschen einsprechen das video wenn euch das interessiert dann bleibt dran und damit moin hallo leute hier ist wieder euer thorsten aus weißnichts welt und bevor ich mit dem video beginnen möchte ich mich noch eben bedanken und zwar beim christoph der mir über paypal der link ist ja immer in der video beschreibung ein kleines geschenk gesendet hat ich danke dir christoph ich melde mich auch bald noch mal wieder bei dir ja ich komme da noch zu fahrts ab gut also fangen wir heute fangen wir dann jetzt noch mit dem video an ich habe wie gesagt das alles aufgenommen schön für euch und da wollen wir sehen ob es euch denn gefällt gut wir starten im bagger ich habe in den bagger eine also meine alte kamera man mit einem saugnapf eingehängt und wollte so ein bisschen was aus dem bagger film das ist ihr seht das leider nicht so ganz perfekt gelungen man sieht also nur die eine hälfte der schaufel man jetzt wie ich hier über meinen schönen naja nicht so schönen rasen drüber war mit einem großen bagger deswegen konnte ich auch mit dem abriss noch nicht so früh beginnen oder noch nicht so ja wo man so sagen deswegen stand die garage eigentlich auch noch weil das problem war es hatte ja immer und ewig geregnet in diesem sommer und der rasen war halt sehr sehr weich und der bagger hat so ein paar kleinere probleme im fahrwerk und ich möchte sehr ungern damit über die straße fahren also deswegen habe ich das dann bisher auch noch vermieden und vorweilig über den rasen kommen und jetzt sehen wir also schon wie ich mich ein bisschen der garage nähere ich habe das auch noch von der anderen seite gefilmt das kommt das kommt gleich auch noch genau von hier nämlich da kann man das noch mal aus der anderen perspektive sehen die kamera im bagger hat auch nicht so wirklich gut mitgemacht also die ist irgendwann auch komplett ausgestiegen von daher kann ich da nicht so konnte ich da nicht so viele ausschnitte jetzt von beiden seiten sehen der nachteil an diesem bild ausschnitt ist leider die hecke es tut mir auch leid aber wie gesagt ich wollte die kamera auch nicht näher dran haben weil mit der kamera näher dran steigt natürlich auch das risiko dass diese kamera beschädigt wird und da die nagelneu ist immer noch also für mich ist sie noch neu ist ja meine neue meine gute kamera wollte ich natürlich nicht riskieren dass da irgendwelche steinbrocken hinfliegen denn das fliegt ganz schön wenn man da mit so einem bagger rumhandeliert ja was anderes muss ich noch sagen den kundigen und den freunden von alten baggermaschinen oder alten baggern wird natürlich auffallen dass ich hier die grabenräum schaufeln am bagger habe normalerweise würde man so ein abriss sicherlich mit einer mit einem tiefen löffel machen tiefen löffel ist immer das was ihr kennt was dann vorne diese schicken hat und das wäre wahrscheinlich das geeignete gerät also das geeignete gerät für diese längsmorren wäre eigentlich sogar der zwei schalen greifer gewesen so habe ich das damals bei meinem bei dem ehemaligen nebengebäude gemacht wo jetzt also die neue halle steht das habe ich ja in dem in einem video mal das ist glaube ich irgendwie die ja vortrag oder so das hatte ich da mal gibt es ein bisschen gezeigt wie ich das mit einer zwei schatten zwei schalen greifer da hatte man kann man die mauer nämlich schön anfassen und umpacken das problem des zwei schalen greifers ist aber dass ich den ich habe also nur einmal 80er und einmal 60er schaufeln und die sind zu breit wenn man da links an der mauer guckt von der garage an der linken mauer dann sieht man das carport vom nachbarn das relativ eng an der garage dran steht wenn auch nur im hinteren bagger man hätte dann zwischendurch tatsächlich noch mal wieder die schaufel wechseln müssen und da habe ich mir gesagt das mache ich nicht ihr seht dann ja auch nachher wie ich dann diese mauer da weg weg gemacht habe das ging eben eigentlich nicht mit einem zwei schalen greifer und auch nicht mit der mit der tiefen löffel deswegen halt einfach die grabenräum schaufel die sowieso am bagger dran das ist dann natürlich auch immer eine v light unterstützend das also sozusagen da ich da nicht die schaufel wechseln muss man sieht also die mauern sind total unterschiedlich also einige konnte man anhauchen und dann wird die im grunde genommen schon direkt gefallen wie gesagt das waren ja auch schon einige risse drin obwohl die garage noch sehr stabil ist also das andere gebäude war schlimmer kommen wir aber noch mal zu und ja wie gesagt also einige konnte man so ein bisschen anhauchen und dann fiel das eigentlich schon direkt über kopf und ja und bei anderen sachen da musste man dann mehrfach gegen rahmen was natürlich wie gesagt dann durch die breite schaufel auch nicht so ganz gut für den bagger arm ist aber letztlich ist es so es ist eine gebrauchsmaschine baujahr 1970 und wenn sie kaputt ist kaputt und wird repariert so sehe ich das also ich bin da nicht so der ja ich schon das nicht das material das material wird benutzt und erst leider ist das jetzt auch ein bisschen ungünstig dass ihr das hier nicht aus der anderen kamera perspektive sehen könnt weiß gar nicht ob ich das reingeschnitten hatte ich hatte es glaube ich reingeschnitten ich glaube es aber wieder ist aber dann wieder rausgenommen worden weil die andere kamera da irgendwie immer so bildspunk gemacht hat das lag wahrscheinlich an den heftigen erschütterungen das mochte sie vermutlich nicht also diese bild stabilisierungsprogramme sind ja gut haben aber auch ihre grenzen so jetzt muss ich natürlich habe ich hier den sozusagen die die alte garagentor einfach das alte garagentor das eisen schön freigelegt und das muss dann natürlich da auch noch eben weg und ja ich hätte das vorher natürlich raus stemmen können allerdings fand ich das ja das war arbeitstechnisch natürlich totaler unsinn und wo man so sagen war einfach der situation nicht gerechtfertigt also so viel arbeit nicht zu machen wenn man sowieso mit dem bagger rangeht man muss natürlich dann in dem moment aufpassen dass man da keine irgendwelche anker eisen oder dergleichen in den steinen drin hat nachher also man möchte ja das steinmaterial was da dann übrig ist natürlich auch möglichst sauber haben oder hatte ich noch mal eben den hebel hinten umgebogen von dem tor das war so da war nicht das tor drüber den habe ich eben weg gebogen damit dass da ein bisschen vernünftig hier das war ein gefährlicher moment da ich ein bisschen angst dass die ganze mauer kippt also muss also auch wirklich sehr sehr aufpassen gerade bei so alten gemäuern wenn es dann daneben noch nachbarn gibt nicht also das ist natürlich das war bei der arbeitshalle natürlich in dem sinne einfacher und da konnte ich sozusagen ein bisschen ja ein bisschen rauer rangehen als dieses objekt habe ich hier irgendwie eine seltsame pause ich weiß nicht ist die bei euch auch ja wahrscheinlich genau da will ich mich vom bagger abgestiegen ich musste nämlich jetzt ja erstmal irgendwie sehen dass ich dieses eisen da loswerde weil ja da will man natürlich auch nicht drum rum wurschteln und bagger mit dem mit dem gerät und so das macht ja keinen sinn weiß nur nicht warum ich da jetzt eine lange pause im video habt keine ahnung gut aber da kommt da komme ich ja schon wieder der kamera überhaupt wieder nachläufer das ist mal echt ein bisschen das ist alles das drama wenn man so was alleine macht und jetzt auch nicht gerade 20 kameras hatte ich meine der fachwerker sei jetzt ein gutes beispiel der hat natürlich inzwischen jede menge kameras und zeichnet alles aus jeder menge winkeln auf und kann dann hat er natürlich auch mal genügend bildmaterial zur verfügung um davon ein video zusammenzuschneiden so ich flex das dann hier mal eben ab weil das ging mir dann doch ein bisschen auf den nerv und gut und dann räume ich das ein bisschen weg ja das ist es im video jetzt natürlich ein bisschen langweilig ja gut müssen wir ein bisschen durch das war das irgendwie auch noch eine ahnung irgendein bild rest ich hoffe mal das kriege ich dann noch aus naja mal sehen gut also jetzt erstmal eben hier das eisenberg räumen nützt ja nix und ja man buggelt sich dann natürlich so ein bisschen auch einen hin andersrum ist eben das problem wenn man es vorher alles raus baut das kostet auch alles unnötig zeit und der bagger macht das eben mit 23 schlägen sind die mauern da und so weg und dann genau das ist dann doch deutlich einfacher als wenn man da sozusagen alles von hand raus keult ich habe da jetzt noch einen hammer geholt weil dann noch irgendwie dicke steine an dem einen eck kleben aber die handarbeit ist ja zu vermeiden wenn man auch über maschinen verfügt muss da ja immer lachen wenn leute dann irgendwie die bagger schaufeln mit der schippe füllen und solche sachen das machen wir hier natürlich nicht dafür haben wir material und gerät und ja wie gesagt man sieht also ich breche sozusagen noch mal ein bisschen das eisen raus da ist halt unten auch noch ja wie heißt das so schön ja ein eisen quer drin und das muss natürlich da auch noch entsprechend entfernt werden damit vor allem damit natürlich den bagger reifen auch nichts passiert weil man jetzt wenn man das hochgebogen hat ist logischerweise ist dann natürlich auch spitzer kram und mein bagger ist ja ein mobil bagger mit reifen und naja spitzes eisen was nach oben schaut ist für gummi reifen entschuldigung für gummi reifen natürlich nicht so gut deswegen habe ich das da noch mal ein bisschen weg gebogen und jetzt dann breche ich hier noch mal alles raus und ja sieht dann so ein bisschen ein bisschen kann man es unten sehen wo ich wo ich da am rumbrechen bin aber richtig schön natürlich irgendwie auch nicht wie gesagt das ist natürlich jetzt der nachteil dass sie dass wir da die hecke noch stehen haben aber ich wollte die auch noch nicht komplett wegnehmen weil ja als ich die garage zum abriss vorbereitet habe wir das gemacht haben ich habe ja hilfe dabei haben wir da nur zwei von diesen tuja pflanzen weggenommen weil da eben auch noch blumen standen und 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 meine blumen stehen ja im sommer immer vor der hecke in die mit diesen rollwagen habt ihr vorhin beim rüberfahren des baggers gesehen da hatte ich sie vorne als rondell gestellt da so ein bisschen selbstbedienung bei mir hier immer und deswegen natürlich auch die hecke dann die schützt ein bisschen vor wind und gerade wenn das jetzt wie jetzt immer so warm ist und so windig ist dann ist das natürlich besser dass die blumen nicht so austrocknen und soll natürlich auch keine kunden beim nachbarn übers grundstück laufen um an meinen rollwagen irgendwas zu suchen oder so das wäre halt auch suboptimal man möchte ja nicht die nachbarn belästigen mit dem verkauf ich meine die sind natürlich sowieso schon in dem sinne habe ich nette nachbarn weil ich meine hier kommen auch manchmal sonntags leute und und mit dem auto und einige diskutieren halt auch auf der aufwand ein bisschen laut rum gut dann habe ich hier mal versucht sozusagen die erhöhung der garage das ist auch eigentlich ganz lustig man sieht das ganz gut da dass da so da wo die schippe jetzt ungefähr ansatz da ist die ganze garage noch mal erhöht worden also die garage war früher nur sehr sehr flach bis da wo eben die schuppe da wo dieses dunkle ist und der vorbesitzer hat irgendwann keine ahnung waren als ich einen vw t1 gekauft und der passte dann nicht mehr in diese garage und dafür musste sie dann halt höher gemacht werden aber man sieht wie halt die leute also wie klein die autos früher waren also auch von der breite des tores da hätte man heute mit einem modernen auto fast nicht mehr rein fahren können und auch drinnen dann noch eine tür aufmachen um auszusteigen fast unmöglich also das ist mehr so ein kabuff ding und von daher war sie auch nicht mehr so einsetzbar als garage also ist es auch nicht ganz so traurig obwohl man sieht dass hier diese mauern doch noch recht stabil sind also der bagger hat dann schon zu kämpfen die versuch vermeiden natürlich auch zu viel zu würgen sieht man wie man wie ich die mauer langsam antiker damit die sich langsam lockert und löst das hat es auch schon gemacht fängt also an zu reißen sie hat ja vorhin auch schon einmal einen schlag in die andere richtung gekriegt hat sie auch schon so leicht angerissen und ja gut und jetzt sieht man hier dann werden die stücke dann noch irgendwann größer und dann kann man natürlich auch mehr mit einem griff schaffen ganz klar braucht man es nur noch einmal anstoßen oder dergleichen und ja da liegt dann schon der nächste teil wenn man es dann erstmal ein bisschen gelockert hat dann geht es natürlich auch recht schnell und ein bisschen auseinander kloppen ich musste nachher noch ich habe die brocken ein bisschen zu groß gelassen ich musste tatsächlich im nachgang noch beim wegfahren oder vorm wegfahren mit dem radlader sozusagen da noch mal ein bisschen mit dem stemmhammer beigehen und dann noch mal was einzeln kaputt machen das habe ich übrigens nicht mehr gefilmt also das abtransportieren der steinbrocken habe ich nicht gefilmt weil ja das ist dann man man vergisst es hat wie gesagt ich bin da noch nicht vielleicht nicht genug voll blut youtuber oder bau und abriss youtuber um zu beurteilen ja das wäre vielleicht auch ganz interessant gewesen dann noch mal im radlader ein bisschen das zu filmen aber das ist jetzt also und ja gut von daher muss ich damit leben dass oder müssen wir damit leben dass das bildmaterial nicht komplett zur verfügung steht ich tue mich auch durch mit diesem video schon schwer weil das war schon schwer genug das zusammen zu schneiden das muss ja ein bisschen ist natürlich auch ein bisschen schneller gestellt als das normales dann muss ich das jetzt hier noch mal halbwegs vernünftig einsprechen ich hoffe es gelingt mir schreibt in die kommentare wenn das okay ist wenn ihr sowas überhaupt nicht sehen wollt schreibt auch ruhig in die kommentare ist ja vielleicht mal was für die neugierigen und so gut jetzt muss ich ein bisschen weiter ran fahren weil natürlich die andere mauer noch weg muss und wie gesagt da habe ich dann ein bisschen das problem natürlich mein eigenes haus nicht zu beschädigen aber das geht hier relativ einfach die mauern sind auch nicht so stabil also die fallen dann auch recht leicht vor allen dingen war ja auch schon ein großer teil abgerissen ist desto mehr ob man aus der konstruktion an stabilität rausgenommen hat desto eher kann man natürlich dann sozusagen da auch da irgendwie so eine mauer dann zum einsturz bringen aber das ist schon recht stabil und jetzt muss ich mal sehen ich glaube ich nähere mich da jetzt dann gleich der anderen mauer mal an genau die seite ist ein bisschen schlimmer hatte ich gedacht aber sie fiel dann doch relativ gut so dass also ich nicht so hinter dem carport viel rumreißen musste das hat mir eigentlich ganz gut gefallen dass ich da nicht zu nah ran musste mit meiner großen schaufel jetzt habe ich hier den naja den witzigen versuch gemacht haben mit der schaufel irgendwie ranzukommen problem ist dann ja der bagger ist wie gesagt alt und die ältere maschinen haben auch noch nicht so riesig lange arme ist allerdings sowieso es ist eigentlich ein 8 tonnen bagger sieben und halb 8 tonnen und ja die haben sowieso nicht ganz so lange arme weil wenn der arm so lange ist das natürlich entsprechend schwer deswegen werden die damit nicht ausgabe das ist halt auch es ist halt ein uraltes gerät man darf es nicht vergessen der ist genauso alt wie ich oder fast genauso alt ist ein jahr jünger als ich und dafür schlägt dass ich denke ich noch ganz gut und ja und wenn er das dann nicht schafft dann müssen wir es halt anrufen was auch anders machen ich habe da also wie gesagt jetzt noch ein bisschen rumrandaliert und versucht ein bisschen was hinzumachen und hinzukriegen dass ich da noch näher rankommen aber naja der haufen ist dann doch einiges im weg und die das steigverhalten des baggers auf so einem untergrund ist nicht so gut wie gesagt da wäre jetzt ein kettenbagger besser der würde da vermutlich einfach über den berg rüber fahren schön wäre gewesen dann hätte es nämlich auch kleiner gemacht also man sieht auch mit ein bisschen nacharbeiten komme ich einfach nicht an diese andere mauer dran und ja gut dann ist es eben so und notfalls steigt man dann halt auch mal aus dem bagger aus wenn es dann gar nicht anders geht und liegt dann selber hand an und das habe ich dann hier auch gemacht weil die wand war so brüchig ihr seht das man konnte sie mit einem schlag umlegen gut das ist eigentlich im kern das video schon jetzt bin ich noch mal zum nachbarn habt ihr noch mal ein kleines schwätzchen gehalten und das war eigentlich schon mein abriss video oder das todes video meiner garage und ja ich hoffe ich hoffe es war für euch ein bisschen interessant den bagger mal in action zu sehen einige haben das immer wollten das immer schon mal dass ich mal diesen diesen bagger auch mal zeige so ein bisschen ich habe jetzt im nachgang erst gesehen dass ich die kamera hätte auch noch ein bisschen anders hinstellen können um ein bisschen mehr die maschine und das arbeiten rein zu kriegen und die hecke hat ein bisschen gestört aber gut das ist halt einfach so wir haben hier noch nicht die monster ausstattung ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen ihr lasst mir einen daumen da und wer den kanal noch nicht abonniert hat könnte das jetzt mal nachholen ich werde jetzt dahinter ist ja wie gesagt noch so ein gebäude abteil das den abriss den habe ich natürlich haben wir auch ein bisschen gefällt nur mit einer handy kamera da muss ich mal sehen ob ich euch das auch noch zeige dann mache ich demnächst noch mal einen baulock über den rest und das dann noch mal eben vorweg damit ihr da auch noch mal eben ein zwei drei kleine eindrücke das ist aber nur eine minute oder so habt wie das da so ungefähr abgelaufen ist und ich denke dann geht es jetzt langsam dann auch wie gesagt ins wieder aufbauen schon fast also wir waren jetzt die tage sehr 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 beschäftigt deswegen konnte ich leider auch kein video drehen also ich habe jetzt ein bisschen mehr video material schon wieder zur verfügung und kann auch dann auch ein bisschen mehr zeigen aber ich konnte halt keine aktuellen videos drehen und dieses auch nicht fertig machen leider sonst hätte ich da auch schon mehr gezeigt ich werde das material aus den kameras mal runter laden mal sehen und hoffe dass das alles ganz gut geworden ist was ich da gedreht habe und euch noch ein bisschen was zeigen und es geht dann ja immer weiter wie gesagt das dach kommt jetzt neu und dann geht es logischerweise auch daran da pv drauf zu bauen und auch das will ich euch versuchen möglichst viel zu zeigen wolltet ihr ja wenn ihr es nicht wollt schreibt es unter dieses video dann kann ich mir viel dreharbeiten ersparen aber ich hoffe mal dass es euch interessiert und in diesem sinne ciao ciao ciao